AHH BAH 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 Wie geht es euch meine sehr verehrten Zuseher? Heute ist Baby Mark RyIR an der Start, ich hätte gesagt wir starten heute mal unverhofft mit Granny Simulator. oder? Nicht die Mama. Ich habe einen Einsatz. Ja, wow, alter. Empfindlich. Ja, es gibt's ja Tage im Leben, gell. So, wir verfolgen das Ganze jetzt einmal von derer Sicht. Also, so werden die Sandwiches rausgegeben. So muss ein Sandwich ausschauen. Ich denke nicht. Der Kühlschrank, Sperrungel weit offen mit verderblicher Ware. Ist ja wurscht, so ist es vergammeln. Simon Ellenbaum, Hühnerbrust und so, ist ja was Geiles. Brauchen wir nicht rein. Das haben die Leute ja mitbestellt. So, Lebensmittelvergiftung ist ganz was Feines. Das Brot liegt einfach so am Bohnen in einem Karton drinnen. Da liegt wieder Brot. Das ist ja wurscht, das wird einfach wieder genommen, weil was ist Hygiene? Das kennen wir ja nicht. Das kannst du niemandem erzählen. Das Wasser lassen wir laufen. Hochverschuldet, aber es ist ja wurscht. Wir haben es ja. Die Listen werden nicht wirklich kürzer. Die Leute haben alle schon Hunger. Der Töller liegt am Bohnen. Ist ja auch scheißegal. Braucht man ja nicht wieder anwaschen. Nein, es sind ja weggewerfte Töller aus Porzellan. Ganz neig. Es ist ein Zustand da in der Küche. Männlich. Der ist voll eingeflaschelt, habe ich ja gesagt. Der ist stark steif. Der kann ihren Namen nicht einmal mehr tanzen, so fett wie der ist. Und betrunken. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Und Amphetamine hat es auch noch hinter. Du hast das ganze paar Krankenhäuser bei der Waschstraßen. Kann das sein? Man hat es dich geschmissen und dann sollst du noch hinter steuern oder was? Du Brunzbuschen, du Däppertä. Alter, wenn sie aber ein bisschen mehr soft hätte, die Oedä, die Oedä. Aber der Duracell-Hase ist bei ihr verreckt. Erst ihr kleinen ... Kinder könnt ihr euch nicht schleichen, wenn ich arbeiten will. Steh auf, Murtal! Du musst nicht ins Lüchgeil! Du sollst die Blämmel abrunzen! Das ist ein Wier. Das ist Wurzeln. Und runter mit dir, du kleine Drecksau. Super, jetzt liegt er da drüben, Alter. Da viel Sauerstoff in so einem fetten Kerl, gell? Hätte er auch gesagt. Und ich rauche sogar. Respekt an meine Lunge. Oh, jetzt. Leidl, ihr sollt jetzt ein bissel gesittert davon. Was ist denn da schon wieder los? Seid ihr alles Veganer, die was in der Schlachtung seien? Dass ihr euch alle draufschmeißen müsst. Fahr hin! Das anbreitende Wandel hat ihr auch voll in die Fressen geschlagen, Alter. Wie geil war denn der Hit jetzt da bitte? Wie geil war der Hit, als würde ich mit den Radlgängen von Ford Mustang antreten. Einfach als würde ich auf den Bremsen stehen. Was ist denn mit dir? Kate, geh weg von mir, Alter. Kate, geh weg. Geh weg, hab ich gesagt. Geh weg, hab ich gesagt. Kate, ich trau dich an. Riko, verpiss dich von meinem Eck. Ich hau dich nieder. Geh weg jetzt, du Börer. Dass wir noch hygienisch unterwegs sind. Halt die Gauschen, was willst du mir vor Hygienik erzählen, Alter? Gerade, dass du die Nugels nicht vordern, du schickst. Du weine jetzt. Kriegen wir das vierer Nugels-Mini mit Pommes einmal zusammen? Ihr sagt das dem Geschüttelten da vorne, der was nicht weiß, wie man Fritteuse umdreht. Nein, ich brauch ja nur zwei, du sollst nicht 100 machen, Depart. Das kannst du nachher und auch machen. Denn der Alter, der frische seine Fingernägel, wenn er nichts kriegt. I will rock 500 miles and I will rock 500 more. Da ist der Schraubschlüssel, du sollst einmal andichten. Hörst? Schnell macht es zu, die Diasperzer sei. Ich habe die Oma eingesperrt im Kuchelkastl, Alter. Ich komme da nie wieder raus. Warte, lass drehen, mach die andere hin. Er kommt nicht mehr raus. Ich habe die Oma eingesperrt. Du hast acht Pizzen in den Müll versenkt. Dein Gesicht ist achtmal in den Müll versenkt worden. Komm, Leute. 70 Sekunden für Mozzarella. Was ist denn mit der... Was sch***st du da? Oder schau, wie ihr da stecken, was ein... Außersteht. Alter, was ist das? Ist das ein... Was hat denn das noch mit der Oma? Schaut euch das an, Alter. Ihr rausst jetzt richtig in den *** geben, Kevin, Alter. Wieder gescheitert. Da geht's... Alter, Alter. Was ist denn jetzt los? Alter, der eine Unfall fertig. Der nächste ist schon wieder zu machen, oder was? Ich glaube, ich spinn. Auch wenn das Auto geschlagen ist, hast du das gesehen? Ja, ich habe es ja am letzten noch gesehen, Alter. Das ist ja, Alter. Du kannst gleich die untere Seiten ansperren. Und weiter geht's mit der Schicht. Was ist denn los mit euch Gaffern? Nicht die Mama. Bei *** die Rotzen auf dem Schinken, was ihr in Sandwich tätts. Das muss ich kurz weitergeben. Das ist nicht normal. Hoffentlich. Leute, bei euch *** die Ratten auf dem Schinken. Ihr habt das ganze Lager voll mit Rotzen und die *** nehmen Schinken miteinander. Was ist denn das für eine geregelte Ablauf da? Ich habe ihn nochmals erwischt. Wo ist er? Oha, oha. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Den haben wir einbetoniert. Da ist nichts mehr da von ihm. Den kann, dass ich nur noch die Füße hat. Das war's für ihn. Was spielst du jetzt da? Redfest, du saublinger Hund! Wie oft schaust du da rein? Was ist das? Das ist ein Animal Crossing. Wie nervst du mich noch länger? Dann hau ich dich raus. Was wirst du da? Ja, du kannst, du bewegst... Ja, super. Schaut aber gut aus. Schaut gut aus. Oh Mann. Das war jetzt die Rache der Sitz. Jetzt reicht's einer rein. Ich würd nicht so sehr rein in den Normal 활동en. Ich hasse euch! Ich hasse euch! Ich glaube, der ist auch gepackt. Ja, was war denn das jetzt für Arschbombe? Habt ihr das jetzt gesehen? Ich zieh mich nur schnell um. Genug im Windel geschissen, das stinkt schon alles. Bis zum nächsten Mal.